Hallo und herzlich willkommen nun wieder zurück zu Solid Online Array Hall of Fragment Part 40. Wow, wir sind jetzt schon so weit gekommen und ich muss sagen, ja, mir macht das Spiel recht noch weiterhin Spaß. Es lohnt sich auf jeden Fall dicke, die 20 Euro hier im PSN Store und naja, es ist auch wirklich kein schweres Englisch. Ich denke mal, wenn man sehr gutes Englisch kann, ist es wesentlich viel leichter, aber es ist eigentlich sonst auch recht... Man kann es ganz gut verstehen, wenn man sich ja auch da sich damit sowas beschäftigt und ich komme auch damit ganz gut klar und es ist ja auch ein Must-Have für einen SAO-Fan so gesehen oder allgemein, wenn jemand mal sowas mag, sowas dieses MMO-lastige eben halt hier in diesem Spiel. Es bietet sich auch einen Multiplayer, wo man eben halt, ja, zu viert mit jeweiligen Partnern, also den man eben halt zur Seite hat, man ist dann so ungefähr ein Art Stück, das reicht auch vollkommen aus für so eine Gruppe halt und dann kann man da eben halt auch viele andere Sachen bewältigen mit Hall of Events und sowas halt alles. Also die kann man dann sonst machen oder auch viele andere schwere Instanzen, die man sonst alleine jetzt keinen Bock hat, irgendwie alleine zu machen und man hat Freunde, die das Spiel hier halt auch spielen, kann man eben halt auch zusammen die Sachen hier bewältigen und das ist alles recht machbar, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und jetzt haben wir hier unseren W-Guide-Style, das ist geil und den müssen wir jetzt uns stellen, also unseren nächsten Boss. Ach, wir haben noch nicht die, äh, Nebenquests abgegeben, ups, da. Ach, wir haben ja keine mehr. Es kann sein, dass wir jetzt wieder neue Nebenquests bekommen, es könnte sein, aber mal gucken. Ähm, ja, mhm. Ja. Komplierte für den Boss. Keine mehr, okay. Auf geht's. So, die Anführerin Asuna sagt mal wieder was an. Wie immer, wie wir das halt auch kennen. Und dann wieder As. Das wird jetzt lustig. Gucken, was er in sich hat, dieser Boss. Hm. Den kennen wir doch irgendwo ja. Das war's für mich. 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 ouch Sehr schön Den haben wir auch erledigt ins Guide Wir haben jetzt 80 erledigt Drei 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 Musik 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 Herzlich willkommen zu meinem Haus! Na, Kirito! Ich bin nicht in der Nähe, hier. Ich bin bereit, ich bin bereit. 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 schnell! Hm? Hm? Ist das hier etwas strange, was ich? Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Joche Zeit lang wird er, um morgens an zu zahrem. Soll es das mit einer der Zettbewerben auszulegen? Warum, dass es das Niemliche Sayung ist? Was sind das jetzt wieder so oft? Ich finde, also wird es mit einer Zettbewerbenедung. Aber ich weiß nicht, dass das Zettbewerben wird. Oh, um die Zeit. Und Evend gegeben war. Und jetzt kann ich das Käu-Gi-Gi-Gi-Gi-ikanisch. Ich glaube, es ist ein Problem. Es gibt einen Ort, der ich auch zu sitzen. Ich glaube, es ist ein Problem. Ich bin ein Problem, dass ich hierher in meiner Wohnung bin. Aber ich glaube, wenn ich in meiner Wohnung bin, dann wird es einfach nur自由 sein. Ich glaube, es ist ein Problem. Ich glaube, es ist ein Problem. Ich denke, dass ich mich nicht in meiner Wohnung bin. Und das ist die Gild? Ich habe mich nicht erwähnt, dass ich mich nicht daran erinnere. Mir ist es noch einiger Moment, wenn ich mich nicht daran erinnere. Ich denke, dass ich mich nicht so überrascht. Ich kann mich nicht immer überrascht. Ich habe mich nicht so gut, dass ich mich nicht so aufrascht. Ich habe mich nicht so aufgesprochen. Aber naja ich mich nicht? Also wie es ich, was ich? Ich bin sehr gut. Ich möchte mich noch nicht kennenlernen. Aber warum ist diese Körper so stark? Ich habe das Gefühl, dass es das Körper so süß ist. Ich habe mich nur um den Körper genutzt, weil es relativ viel zufrieden ist. Die Welt war so stark, aber ich habe mich nicht gehört. Ich habe mich nicht gehört, aber es ist das Gefühl, dass ich mich nicht so gut fühle. Ich glaube, dass ich mich zu weit entfernen bin. Ich kann mich nicht so aus, wie ich es hier anspruchs. Wie war's das? Was war's? Ich muss mich nicht verletzen. Ich muss mich nicht verletzen. Ich versuche, dass du dich mit den ganzen Verlangen hast. Was ist das? Wow, das ist wieder so viel zu erledigen, Wahnsinn, es ist echt eine Menge. So viel. Joa, Freunde, gucken wir mal, wo haben wir denn hier eine neue Message, von klein. Jawohl, 80 ist jetzt geschafft. Ja, wir gucken mal, wie das Bild 81 aussieht und so weiteres mit dem Boss, ähm, ich werde jetzt sonst hier, sonst nur, so weiter aufnehmen mit den ganzen Bossen, denke ich mal, vielleicht. Na gut, da kommen wir mit, Schützelein. Ein Problem, äh, ah, hier können wir eigentlich nur beeinflussen mit der Rüstung, Waldbrise, das ist dann noch irgendwie so ein deutscher Name, ne. Ein paar Sachen sind sogar hier so gedeutscht, irgendwie so, kann man so sagen, vom Namen. Wird euch das bisschen so auffallen, dieses Doi-English oder so, wie das war, oder Englisch-Deutsch. So, guck mal. Elbert. Hm, okay. Gucken wir einfach mal hier in den Shop. Was hier wieder was Neues gibt, äh, man hat jetzt auch wieder eine Menge an Equipment, die man eigentlich so gar nicht mehr braucht. So, gucken wir mal hier bei den Waffen. Hm. Hm. Hm, oh nicht schlecht. Na, ich doch nicht. Weil meine, äh, ich glaube, oh, das ist schon wieder eine neue Message. Sollen die alle jetzt auch helfen? Ei, 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 ei. Haben wir auch noch eine Menge zu tun. So, äh, Equipment. Von der Defensive bringt das also auch eine Menge, das gibt es 170, ne. Ja, der hier ist jetzt nicht so wild. Nani, nani. Nani, nani. Äh, da, 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 da. Ja, da, 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 da. Dankeschön! Ach ja, von der Waffe nur. Kirito-kun. Ja, stimmt. Ich bin froh! Die ist ja auch so genau so irgendwie total hinweg von uns. Nur bei ihr ist es noch viel viel extremer, dass sie uns ja total liebt. Und das war's eigentlich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bitte. Was ist das? Wie ist das? Danke! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich muss erstmal gucken, wie ich das erstmal in der Zeit mache. Ob ich dann so die Boss-Gameplays hier euch zeigen werde. Weil... Naja, ich weiß es nicht. Es kommt jetzt nicht allzu viel großem Feedback hier an. So mit Sword Online Ray Hollow Fragment. Deswegen habe ich sonst überlegt erstmal sonst so zu machen. Ähm... Ja... Gut. Ich danke auch wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und... Ähm... Ja. Bis zum nächsten Mal. Euer Jigatori. Und haut rein. Amen. Und... 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 Vielen Dank.